Ja, wir sehen jetzt das Horror-Haus von Keller. Das sind, ja, Clips-Hoboskop-artige Effekte. Einmal im rosanen Papier und einmal im gelben Papier. Hier werden wir jetzt einfach mal beide testen. Und mal sehen, ob man einen Unterschied sieht oder bemerkt. Wir nehmen einfach mal die umsetzte Ecke. Und, ja, fangen wir mit dem rosafarbenen Papier an. Und er brennt. Ja, also von der Dauer relativ gut. Und jetzt noch den gelben. Ja, da würde ich jetzt sagen, geben sich beide nicht viel. Vielleicht ist auch das Papier unterschiedlich. Ja. Ja. Ja.